Herzlich willkommen bei Runners Point. Ich möchte euch hier von Mizuno den Wave Precision in seiner 12. Generation vorstellen. Sollte ein Schuh für uns Läufer eigentlich gut aussehen? Schaden kann es bestimmt nicht. Der Wave Precision macht optisch auf jeden Fall einiges her. Er kann aber viel mehr, als dich nur gut aussehen zu lassen. Eigentlich passt er gleich in zwei Laufschuhkategorien und überzeugt sowohl als extrem leichter Neutralschuh wie auch als dynamischer Wettkampfschuh. Die Passform ist mit der Dynamotion Fit-Technologie sehr angenehm. Auch ein etwas breiterer Vorfuß findet darin bequem Platz. Beim Laufen gerade auch auf weicheren Untergründen sorgt die Dämpfung mit der Mizuno-Welle im Fersenbereich für ein schön weiches Laufgefühl. Im Vorfußbereich besticht der Schuh mit seiner schönen direkten Art. Das weiche und sehr grobporige Mesh-Material sorgt gerade auch bei wärmeren Temperaturen für eine angenehme Luftzufuhr. Mit dem Precision macht das Drehen an der Temposchraube so richtig Spaß. Aber auch längere Einheiten laufen sich damit richtig komfortabel. Der Mizuno Wave Precision 12 ist damit der perfekte Allrounder für alle Neutralläufer, die einen leichten und dynamischen Schuh für alle Streckenlängen suchen. Du bekommst ihn in allen Runners Point Filialen oder auch direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.